Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus 3. Mose 19, Vers 14. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit, darum geht es dann auch im Lehrtext zu dieser Losung. Gott ist ein Gott, der sich auf die Seite der Schwachen stellt, derer, die am Rand stehen. Das zieht sich durch die ganze Bibel, das zieht sich gerade auch durch das alttestamentliche Gesetz in den fünf Büchern Mose durch. Die Fremdlinge, die Witwinnen, die Weisen und hier auch die Menschen mit Behinderung, mit Einschränkungen. Stellt Gott unter seinen besonderen Schutz und erfordert die Mehrheitsgesellschaft, Mehrheitskultur, diejenigen, die das Sagen haben, sage ich jetzt mal zusammenfassend heraus, nicht nur an sich selbst zu denken, nicht nur bei sich selbst zu bleiben, nicht nur die eigenen Bedürfnisse im Blick zu haben, sondern zu sehen, hier sind andere Menschen, die haben vielleicht besondere Bedürfnisse, die können sie selber nicht komplett stehlen, sondern sie brauchen es, dass wir zusammenstehen, dass da Solidarität ist. Und das wird ganz praktisch, natürlich im persönlichen Miteinander, wo ich Menschen begegne, aber auch wenn wir Gemeinde sind, dass wir darüber nachdenken, wie können wir da sein für Sehbehinderte oder Blinde. Ich erinnere mich an eine junge blinde Frau, die in unsere Gemeinde kam und in einer anderen Gemeinde nicht ins Lobpreisteam kam, weil sie ja keine Noten lesen konnte. Und dann haben wir festgestellt, sie hat absolutes Gehör und sie war jahrelang bei uns im Lobpreisfest dabei, bis sie weiterzog. Na, wie gehen wir mit Gehörlosen in der Gemeinde um? Da sind manchmal ganz einfache Maßnahmen oder einfach ein Mitdenken und mit im Blick haben, was eine Menge unterscheiden kann. Manchmal sind es auch größere Maßnahmen und das kann auch für eine kleinere Gemeinde eine Herausforderung sein. Ich will das nicht bagatellisieren, aber erst mal dieses Signal zu senden. Ja, ich sehe dich und du musst nicht so sein wie wir, wer ist wir, damit du hier voll dabei sein kannst. Sondern wir finden einen Weg, um dich mit hineinzunehmen. Wir schaffen einen Raum. Und wenn das eine Grundhaltung ist in Gemeinde, dass man auch danach sucht, dass man Wege sucht und findet und nicht sagt, ja, das ist aber dann für andere unbequem, wenn wir das machen. Ich glaube, da kann viel passieren. Und das Spannende dabei ist, dass Gott hier nicht nur ein paar praktische Anweisungen gibt, sondern er hängt das an seine eigene Person. Also er gibt diese Instruktion hier im Heiligkeitsgesetz übrigens, ja, Einleitung, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ein Ausdruck dieser Heiligkeit ist, ja, Acht zu geben auf die Tauben und Blinden, wie es hier heißt. Aber es kommt dann auch die Begründung oder die Erklärung, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Das heißt, die Fürsorge für Menschen, die manchmal marginalisiert werden, die behindert werden oft in unserer Gesellschaft, die Fürsorge für sie oder das Mitdenken, die Barmherzigkeit, ist ein Ausdruck der Gottesfurcht. Damit sagt Gott, ich stelle mich an ihre Seite. Und wenn du sie verachtest, dann ist das so, als wenn du mich verachtest. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir mitnehmen sollten und ganz praktisch überlegen können. Wo schaffe ich Räume? Wie schaffe ich Räume? Wo kommen Betroffene gar nicht bei uns an, weil vielleicht die Räume gar nicht barrierefrei sind und wir keine Angebote machen, lass uns Gott die Ehre geben, indem wir Menschen ehren, die vielleicht körperlich herausgefordert sind oder in anderer Weise und dass wir für sie da sind. Jesus, ich danke dir, dass du dich allen Menschen zugewandt hast, denen die vermeintlich im Zentrum waren, denen die vermeintlich am Rande waren. Und gerade die Schwachen, gerade die Ausgegrenzten haben einen Platz in deinem Herzen. Und so sollen sie auch einen Platz in unserem Herzen haben. Ich bitte dich, dass du uns herausforderst, dass du uns erinnerst, dass du uns klare Wege zeigst, wie wir danach handeln können. Amen. 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 Vielen Dank.